... gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marlsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer... Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Wer schickt sie? Das hier ist Magen! Sie meinen Befehl zu überwachsen! Oh, meinst euch das einfach denn rum? Der Militär hat mir verlogen! Jeder hat mir verlogen, sogar der SS! Die gesamte Generalität ist nicht zweit als ein Haufen niederprestiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Nicht als Feiglinge, Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch kein Schmeiß des deutschen Volkes! Sie sind ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie in Zug gebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahre lang hat das Militärakademie nur verhindert! Es hat mich jeden nur als bestätigen Widerstand in den Weg gelegt! Ich hätte gut daran getan, um da alle Höroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie! Und doch habe ich allein, allein auf mich das Geld, ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich nur verraten und betrogen worden! Es war ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden das Saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, erfen Sie sich gewaltig! Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf! Ich bin so übel, dass du sie aufhörst! Ich bin ähnlich! Vielen Dank.